so was geht ab was geht ab heute ist der kölner lichter die stars ananas wir sind hier noch am fahren und ja gehen wir heute hin oder nicht so meine lieben ich fahre jetzt auf jeden fall doch zu kölner lichter was war das denn besser mal ein bisschen raus kommen bisschen gucken was da abgeht so bist du ein prach ja 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 Das war's. Ich glaube noch 15 Minuten. Alles gut. Und dann geht es los. Hier ist richtig gechillt, voll. Die Leute chillen hier. Weil auf den Brücken ist immer alles dicht, alles voll. Nice. Vielleicht geht es los. Besser als zu Hause so rumliegen. Ich weiß nicht. Analyse. Weißt du Bescheid. Da, heiß Luftballon. Warte. Das sieht man jetzt nicht. Da, auf jeden Fall. Da geht gleich los. Und die so viel quatschen einfach und genießen. Danke. Und das ist wie oft so. Das ist das gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Generation. Und nochmal full. Da brauchen wir gar nicht uns zu unterhalten. Da fahren die ganzen Schiffchen lang. Ja. Dann fahren wir einfach mehr zum Dom. Und alle Brücken, die jetzt so nähe Dom sind, könnt ihr vergessen, alle full. Deswegen man muss sich schon ein bisschen ausgehen. Alles gut aussehen. Alles gut aussehen. Alles gut aussehen. Sehen wir das? Weil auf den anderen Brücken ist alles full. So. Da sehen wir die ganzen Schiffe. Und die Schlange geht bis... Schon weiter als Kölner Dom. Schon weiter. Die sind schon viel viel weiter da. Das hat ja schon vor 20 Minuten angefangen. Und ich bin hier für Prat TV auf jeden Fall richtig am mitfilmen. Ihr wisst Bescheid. Prat TV. Immer abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufen. Das ist real life. Prat TV. 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 Rats TV. Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt sind die Schiffe da. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt geht's los. Man sieht hier gar nichts. Aber wir müssen jetzt durch. Junge, Junge, Palaternia wäre nicht schlecht. Man sieht ja nichts. Aber da sehe ich schon eine kleine Lichtung. Boah, das ist echt crazy. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Ich muss auf die Schiffe. Ich muss auf die Schiffe. Ich muss auf die Schiffe reden. Ich muss auf die Schiffe. Und da sehe ich eine Lichtung. Ich muss auf die Schiffe. 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 Das ist Gangster Paradise heute. Einfach so neben hier. Den Friedhof. Ich bin nett. Alter, mach mich keine Sorgen. Da sehe ich eine Lichtung jetzt. Beruhigend. Oh, da kommt noch ein Fahrradfahrer entgegen. Very nice. Jetzt kann ich ausmachen, Alter. Junge, Junge. Boah, ich habe es geschafft auf jeden Fall. Also diese Friedhofstraße muss ich nicht unbedingt nochmal fahren. Aber hier ist auch unnormal dunkel. Muss ich wie gesagt nicht nochmal fahren. Einmal war okay, jetzt wird testen wie das so ist. Aber ne, war schon ein bisschen gruselig, Alter. Und dann noch voll lange ohne Licht. Gut. Bis demnächst Pratifi. Abonnieren.